Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat in München den Theodor-Herzel-Preis des jüdischen Weltkongresses erhalten. Der Präsident des Weltkongresses, Lauda, nannte die Kanzlerin eine Hüterin der Zivilisation. Sie habe sich der existenziellen Nöte jüdischer Menschen und des jüdischen Staates angenommen. Merkel geißelte in ihrer Rede den Antisemitismus in Deutschland. Er wende sich gegen alles, was das Land trage und zusammenhalte. Zudem bekräftigte sie das Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson. Die FDP will sich dafür stark machen, dass Deutschland die Hezbollah als Terrororganisation behandelt. Das hat der Bundesvorstand der Partei beschlossen. Deutschland soll demnach auch in der EU für so einen Schritt werben. Die jungen Liberalen hatten einen entsprechenden Antrag eingebracht. Auf Twitter schrieben sie dazu, eine Organisation, die die Vernichtung des Staates Israel fordere, könne in Deutschland nicht geduldet werden. Ein israelisches Militärgericht hat einen Soldaten zu einer einmonatigen Arbeitsstrafe und einer Degradierung im militärischen Rang verurteilt. Eine Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Soldat hatte im Juli 2018 ohne Befehl auf einen Palästinenser geschossen, der auf den Gaza-Grenzzaun geklettert war. Der Soldat gestand den Fehler ein. Die norwegische Hauptstadt Oslo hat Produkte aus israelischen Siedlungen für alle städtischen Einrichtungen verboten. Die Vorgabe gilt auch bei internationalen Unternehmen, die in den Siedlungen aktiv sind. Oslo ist die sechste norwegische Stadt mit diesem Verbot. Die umstrittene Israel-Boykott-Bewegung BDS begrüßte das Verbot und forderte die Landesregierung auf, dem zu folgen. Der Frankfurter Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker ist neuer Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft. Er löst den FDP-Politiker Helmut Königshaus ab. Becker ist bekannt für seinen Einsatz für Israel. So verbot die Stadt Frankfurt 2017 auf seine Anregung hin die Israel-Boykott-Bewegung BDS. Im Februar rief der CDU-Politiker in Tel Aviv zusammen mit drei Amtskollegen eine internationale Bürgermeisterallianz gegen Antisemitismus ins Leben. Seit April dieses Jahres ist er zudem Antisemitismus-Beauftragter des Landes Hessen. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.